alle leute des sahnu hier und willkommen beim finale der fahndung und willkommen beim finale der wartung hoffen was ich habe tatsächlich den patch runtergeladen hatte ich keine zeit reinzuschauen aber eure kommentare und das ganze was ich mitbekommen auf twitter und hin und her ja es war wieder so ein extremer wartungstag und zwischen hat sich in seiner besten seite gezeigt deswegen wenn wir jetzt mal gucken ich hoffe wir kommen hier durch und ich bin wirklich gespannt wie es schlussendlich aussehen wird so das ganze startet im west end und direkt im kopfgeld einsatz aktivieren wir mal und dann gucken wir uns den kram an ich gehe das ganze mit meinem schon hier laufen mit meinem umbra bild durch lange nicht gezockt weil ich die ganze zeit auch die kleinen chars hoch gespielt habe beim letzten mal sind wir mit dem sniper bild durchgelaufen deswegen laufen wir jetzt mal dahin das erspare ich euch so aber der witwe ich bin echt gespannt wie gesagt ich erwarte hier jetzt von den ersten missionen und der nix fahndung erwarte ich wenig letzte missionen wird interessant und ignoriert mich natürlich nicht ach was liebe ich dieses bild so haben wir alles diesmal haben wir auch die minimap richtig heißt okay sind sie denn wieder verstreut hier ich hasse das gell wo sind die gegner aber bei der letzten fahndung war das auch schon krass die habe suchen müssen aber gegen euch glaube ich auch so nach unten ach 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 mal genau hier genau 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 ich kann jetzt ich habe ihn nicht anspringt aber dürfte richtig sein oh sollte Lotto spielen das trifft man nicht so oft mit dem Controller wo hängt der der hat direkt spaß weil der Arten Teller explodiert ist nix folgen sie dem Boot kommen während kurzzeitig den Kong Zugriff für Aaron Kino und Manny Ortega Zugriff wird beim Bedarf wieder hergestellt Anna was machst du? oh krass okay okay was macht Anna da? hat Kino gar keinen Bock drauf oh ne Duckwinter ist getroppt so wo geht es weiter? okay die Ranken Portmonds, ja Safehouse wird schneller sein bin echt gespannt story technisch also ich bin ja jemand der wisst ja ne klar wenn ein neuer Patch kommt und so hin und her dann gibt es die ganzen Data Miner und die nehmen schon die ganzen Story Elemente auseinander und leaken die dann hin und her und ich bin da ja nicht so ein Fan von und bin da so gar nicht hinterher ich lass mich dann wenn es noch eine Überraschung gibt in der Vision dann nehme ich die natürlich mit und das ist dann natürlich Story mäßig Story mäßig der Fall ne ich hab in den letzten Kommentaren bei mir unter manchen Videos dann kam oft die Frage nochmal auf äh wo kann ich das sein? ich hab in den letzten Kommentaren bei mir unter manchen Videos dann äh kam oft die Frage nochmal auf äh wo kann ich das sein? kriege ich die eisernen Lunge her, geiles Ding und wegen dem Bild und so ähm Leute ich hab wenn das auch Leute gucken jetzt die die längeren dabei waren oder ähm wow wo oder ähm oder ganz neu mit drin sind ich hab ein ähm Video gemacht zu allen exotischen Items stand jetzt Items also Ausrüstungsgegenständen und für alle Waffen da könnt ihr gerne mal reinschauen aber für alle die jetzt hier mit dabei sind und die Lunge wollen die kriegt ihr im im normalen Lootpool jetzt einfach hier zielgerichtete Beute für LMGs oder mit äh etwas Glück aus wow oder halt mit etwas Glück aus äh hier ähm exotischen Behältern na hier gehts doch mal kraterisch ab oh hab ich sie zu früh gezündet? hm war hab ich sie zu früh und Hey, da sind wir durch. Also ja nicht. So, eine Runde fehlt noch. Ah, da kommen wir, ihr dürft kommen. Wollen Sie den Punkt kommen? Nichts, wenn sie leben wollen. Okay, 3,80%. Vielleicht fix. Ich hoffe, wir kommen schnell durch die Kopfgelder durch. Oh, direkt nächster Kontrollpunkt. Up nach Neu-Venedig. Okay, let's go. Weg mal pushen. Weg mal. Weg mal. Weg mal. Weg mal. Weg mal. Weg mal. Die Lunge ist einfach mein Gerät. Oh Oh fuck. Wow, da hat er Glück. Ah ok. Den habe ich da unten nicht gesehen. Bleiben wir hier? Ja, ich glaube wir bleiben hier. Detekted. Location guarded by Hostiles. Sehr gut. Als hängt sie hier oben an der Gatling dran. Ja, Out of Bullets ist gut. 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 Okay. Gut. 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 Seid ihr doch nicht, ne? Seid ihr doch nicht dazu. Das ganze Gebiet ist aktiviert, seht ihr das? Oh. Ihr habt nichts mit denen zu tun, aber... Fuck. Oh, okay. 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 Und doch noch weiter. Okay, ich hab gedacht, der kommt da raus. Grunde neu starten. Auf der Brücke. Oh fuck. Oh fuck, fuck. Bleib doch nicht hängen. Alter. Schöne scheiß Blacktask. Müsste mir noch hier auf die Nerven gehen. Okay. 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 Oh, ich hab ihn extra nicht abgeholt. Okay, was meint er wieder oben drauf? Ne. Okay. Okay. Oh, hier wird der Boss in den Bar. Okay, da ist er. Hehehehe. Wie fühlt sich die Dunkelheit an? Ich hab mich immer gefragt, wie Menschen die Dunkelheit wahrnehmen. Ist sie kalt? Ist sie kalt? Oder kalt? Oder kalt? Ist sie dich mit existenziellen Dread? Mhm. Man ruft sie Existenz, Ängste. Aber ich hasse das, wenn da so ein drüber ist, ne? Okay. Die Ufertankstelle. Mal komplette West-Entwickler gecleared hier. Müssen es beeilen? Kein Bock auf Delta. Die Ufertankstelle ist so geil. Eine meiner liebsten Kontrollpunkte. Vorne haben wir Chainsaw Massaker. Ja, genau. Ich helfe dem Ding mal auf jeden Fall ein bisschen. Außer, ja. Außer, der entschließt sich natürlich zu mir zu kommen. Nooo. Oh Oh Nein Wenn ich den letzten Stream gesehen habe Und so gesehen habe Wie ich gekämpft habe mit dem Ähm Wie trollt mich wieder mit 11% Schutz Valide Äh Mit dem Kontrollpunkt mit meinem kleinen Charakter Schöne Stufe 4 hochgeballerter Kontrollpunkt Da weißt du was du machst Ohne dein Gear Einfach ein bisschen Einen kleinen Char Schon geil Schöne Herausforderung Auch die Drohne ernsthaft Okay Sollten den pushen Ach der ist schon weg Okay Letzter Halt auf der Tour Nix Danke dass sie mir DC gezeigt haben Das würde mir sehr helfen Sie bei ihrem nächsten Einsatz zu unterstützen Aha Okay ich bin gespannt Annas Tour durch New York Mach das ganze Sinn Das hat alles so äh Normal war die Mission Ich bin ein fremden Führer Oh Kaufgeld Badmama Angriff aufs historische Viertel Bobby Darkness Mac Moody Und Sergeant Tom Black Okay Tacklen wir mal die beiden Keine Mission machen Ist das richtig Angriff aufs historische Viertel Spannend Normalerweise kam Kam mir jetzt eine Mission noch Ne Zum Spielen Spannend ob das hier schon ein bisschen anders da ist Danach wird ja Climax Mission kommen Ach Drohne hau ab Kann sein für dich jetzt Bisher gefällt mir die Also klar ne Das ist alles äh Das ist alles Standard hier Ähm Bisher ist sie Ist sie einen Tick besser Ich bin viel flotter Ohne verzieh dich Hm Okay Den Hund holen wir die Auch mal ein Sturmgewehr Okay Die kommen nix mal direkt Hmm Guck mal direkt gefunden Digga Fuchse Daniel Ach Drohne hau ab jetzt Die gehört doch dazu oder Komm die mach mal Aber so klar Okay Dann bleib mir hier drin Okay 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 Au, 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 ich kurz mein Umbra laden und heilen und schieße an Raketen nochmal. Oh, wow, nein, 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 wow, da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf gehabt, oh, alter Vater, wow, oh, fuck, der Sniper, fuck, 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 dieser Penner, aber mal kurz ein bisschen angespannt, ja, nehmen wir die XP natürlich mit, alter, kurz aufregend. Bis zum nächsten Mal. Der Bereich hier ist cool. Okay. Ah, was denn da? ja ein neun schuss in der schildspieler die hauen schon gut raus kommt bestimmt die erste dicke na komm bleiben wir hier ja ok oh ich muss den platt kriegen noch ok und die beide und 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 ok ok mal kurz den ersten dicken auseinander nehmen ok ok und und Jetzt habe ich dich gelegt. Glückwunsch, es ist wohl Zeit für ein Statusupdate, sie haben den Test offiziell bestanden. Nach allem, was sie durchgemacht haben, muss es schwer zu glauben sein, dass das kein Trick ist. Wir warnen, dass wir auf der gleichen Seite sind. Sie wollen beweisen, ich zeige es ihnen. Wir kennen Kells Ketter und sie werden sicher von dem beeindruckt sein, was wir in Brooklyn aufgebaut haben. Also, wenn sie zu einem Treffen bereit sind, schicke ich ihnen die Koordinaten und warte mit ihrem Bonus. Das ist perfekt, Agent. Wenn sie meine Hilfe wollen, dann begeben sie sich zum Bunker. Unser Ziel und Koordinaten werden aktualisiert. Okay, Leute. Jetzt wird es spannend. Ich will mich über eine coole Cutscene freuen. Keine Ahnung, vielleicht irgendwas für das DLC, das wäre so, das wäre ein richtig cooler Hammer. Okay, ähm. Welche Stürmer holen wir? Stattelstürmer. 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 Und den. Bisschen defensiver. Gucken wir erstmal, wo wir hin müssen. Regierungsbunker. Irgendeiner. China. Ja ruhig, wir probieren's. In der letzten musste ich tatsächlich runterstellen, das war echt mega krass. War schon so geil. Okay. Gehen wir nochmal runter. Ähm. So. Tak. Agent, wir haben einen Gegner auf der Gallery. Nein. Isaac, mach du das mal. Jo. Komm Agent, oh achten sie auf die Folie. Die fallen von Brille. Wow! Ah! War der Sniper oder wer war das? Oder war das die fallen? Ah! Guck mal beim Kampf gegen Kajika hab ich ein bisschen was gelernt, ja? Hier. Oh, kein Zugang. Manuelle Überbrückung zum Entregende Luke erforderlich. Ah, okay. Nein! Oh! 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 Power online. Power online. Wow, Isaac. Your job is really boring. Anna ist echt cool. Ich finde es nice, wenn Isaac mal abgelöst wird von Anna. Oder dass man die Möglichkeit bekommt, wählen zu können. Ich denke es ist schon geil. Aber Anna gefällt mir auch. What the fuck? Oh! 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 China führt uns hindurch, ich bin im Stock. Wo war der? Ich kann den Blacktaskfunk nicht überwachen oder sie verwenden ihn nicht. Ist ein Raum hassig wenn die oben sind. Mal gucken ob das hier auch so der Fall ist. Okay zum Glück nicht. Müsst ihr echt aufpassen auf die Mine. Das Glück ist hier kein One Shot. Kein Mieterbeleber dabei. Eigentlich auch falsch. Euer Ernst? Da war links und rechts keine. Ach da legt mich doch am Dill. Heidewitzka. Okay. Das hier ist schon ein bisschen scheiße. Weil. Ach doch. Geht mir so dumm Kopf. Das Haus ist wo sie ihre Maske ablegen Agent. Ich zweifle dass mein nächstes so gemütlich sein wird. Geht mir so gut. Ich bin gerade nur so rum. Geht mir so gut. Geht mir super. Tür verschlossen, lokales Stromnetz offline. Agent, restart the generator, so I can override the electronic locks. Kann man ja wieder erkennen, ah bläh, den umschmeißen sowieso nicht. Die Möglichkeit finden, den Strom wieder anzustellen. Boah, die Dinger sind echt fast One-Shotter, da müsst ihr echt aufpassen, Leute. WTF? Ich siehste kaum. Ich glaub ich spiel ohne Schild, ich geh safe. Ich hab mir meinen Drohnenstock, wo ist er denn? Da. Ähm, besser ist das. Ich hab ein bisschen Angst. Na gut. Okay. Also atmosphärisch ist die Mission, gell, da kann man sagen, was man will. Das gefällt mir. Oh, okay. Genau, das ist unsere Lieblingsaufgabe, was zu beschützen. Definitiv. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber bisher ist die Mission auch recht, ähm, gut. Coola. Angenehm. Okay. Oh. Okay. Soh. �� ich hoffe so sehr damit ein bisschen was sehen zum dlc wäre auch nach der ganzen scheiße die im moment passiert ist und die ganze zeit war aber dann echt was schönes 10 sekunden noch und noch eine welle das war's ich habe die tür entriegelt agent ja 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 achtung vor dem allen einen weg finden den dampf auszuschalten oh mein gott ok alter und dann net das wie geben wenn ihr benommen seid könnt ihr richtig ziel nicht richtig laufen das würde eine noch mehr oder vorne scheiße wo ist der andere ich habe gerade sanft verrechst du jetzt nicht an dem scheiß dampf ach ja klar Die fallen im Labyrinth waren nicht für sie gedacht, aber sie sind klug und sicher, finden sich am Weg drin, um sich umzubringen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Solange man die sieht. Alter. Okay, wo bist du denn? Ach, der ist hinten rum. Da würde er sein. Ja. Eieiei. Hast du mich geschehen, hey. Ach, sieh. Ich stehe da durch, nee. Oh! Agent, wenn du verloren bist, folgst die Vanguards. Rogue, decoy, detected. Wir wissen, Isaac. I-I-I-I-I-I. Äh! Ja, ja, wir kommen. Ich bin gespannt, was das für ein Endfight sein soll. Na, wo ist sie? Kriegst du bestimmt auch was, wenn du alle Fallen kaputt schießt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir alle haben. Ich verspreche ihnen, keine Köder, keine Täuschung, keine Fallen mehr. Ihre Prüfungen sind vorüber. So, bevor wir gehen, müssen wir Enners Ausstattung für neue Rekruten bergen. Wir sehen uns drin. Checkpoint erreicht. Ich war auch nicht. Tina, bist du es? Oh mein Gott, das ist immun. Oh fuck. Warten Sie mir die Drohnen vom Hals, okay. Bitte mal, ein Glück habe ich das. Oh. Ja, okay. Warhound. Vulnerable. Oh, okay. Oh nein. Oh nein. Okay. Okay. Nehmen wir mit. Erstmal gucken, wo wir stehen. Schön mit Kindern zusammenarbeiten. Sollte mich hier ganz nachher bewegen. Das Bild ist plötzlich... Ach, der Warhound, der darf mich halt nicht treffen, gell. Der macht halt dick Damage. What the fuck. Warhound. Vulnerable. Warhound. 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 Aber das Bild ist definitiv das richtige, auch von der Heilung her. Oh, wow. ganz auf wenn man das Spiel wieder muss man gerade einen medkit ziehen oh fuck you alter ernsthaft what the fuck so probieren wir mal kurz mal das lostbild mit schutz vor elite definitiv wiederbeleber und Heilung auf jeden fall das ist krass das ist echt krass ok ein bisschen mehr damage bisschen mehr verteidigung aber wenn ihr mich trifft ein bisschen besser oh da kommt die Mutti nach Hause oh 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 nein nein ja 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 das schon nicht ohne ja ja beruhig dich ganz auf boah ist das krass mit mit geziehen kinder hat immer viel leben warhound warhound vulnerable ich kenne da kann so mal schießen ja 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 Wahrscheinlich nicht. Oh. Eine Ausgewohnheit. Alter. Ich habe keinen Wiederbeleber mehr. Ich muss echt aufpassen jetzt. Yo. Ich glaube, da kommt keine dritte Phase. Wie bist du denn das Wahnsinn? Ich muss nur eins ziehen. Ich kann da anscheinend richtig assi. Also Schutzfeuer. Tatsache, ich brech ab. Fuck. Ja. Ja. Stuttgart. 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 China hat nicht mehr viel Leben, das ist ja assi ey. Kann ich hier wiederbeleben? Geil. Das ist fair, okay, das ist fair. Das wäre ätzend gewesen. Hype ist wieder ready, da haben wir ein bisschen... ... 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